Um eine Dorte erstellen, brauchen wir Schnur mit natürlicher Faser, Wasser, 30% Zucker und 70% Kaliumnitrat. Nehmen einen Metallbehälter, gießen alle Zutaten ein und stellen es auf den Herd. Rühren bei mittlerer Hitze, die Flüssigkeit sollte klar werden und kochen. Jetzt nehmen wir ein bisschen Schnur und legen in die Flüssigkeit. Warten bis es dickflüssig wird, nehmen die Schnur raus und lassen es trocknen. Sobald es trocken ist, unser Docht ist fertig. Wir haben es im Video mit Explosionen und Raketenherstellung benutzt.